Roar Pichler Von Fibcon-Seit liegen hier sind links und rechts so Leitbanten und die sind alle verrostet da gibt es jetzt diese Silberfarbe oder Weißfarbe teilweise für 5 Kilo wenn man das dann massenmäßig macht es jetzt vielleicht noch 2 und das kann man alles rollen dann könnte man das alles hier bald gespritzen oder rollen und dann wäre das super schön ausschauen Super Auftrag